hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge wolfenstein youngblatt wir werden ermittlungen einstellen hoffen wir zumindest und deswegen hoppen wir noch mal zum bruder 3 hin und schauen mal was wir da anrichten können da waren wir ja auch gerade erst wobei das ist ja noch nicht so lange her ist na ja schon mal nur schon bei 80 prozent das ist aber ganz gut ja vom eingang her glaube ich werden wir das jetzt glaube ich ganz gut hinkriegen weiß nicht ob es noch andere eingänge gibt außer den den wir da immer genommen haben keine ahnung neuer es geht voran 97 prozent haben wir 98 prozent haben und 99 kommen die letzten schaffst du auch noch hallo wir gehen zu den untersuchungsorten und vernichten alle beweise die sie haben in ordnung nein mache ich nicht so auf die nerven hallo das hier sieht aus wie ein paar beweise oder mache ich damit jetzt muss man ja auch ja also wir müssen jetzt nicht direkt zu bruder 3 gehen scheinbar sondern es reicht wohl auch wenn wir hier irgendwo längst krabbeln und vielleicht schaffen wir es ja auch ich sag mal tatsächlich einigermaßen reise vorzugehen machen wir hier noch einigermaßen reise vorzugehen machen wir hier ist jemand noch ein landsparker mitgewessen Was denn? Warte einen Augenblick und weiter geht's Das waren zwei Und der dritte? Und wie denn das jetzt hier? Kann man das sehen? Okay Mist, jetzt habe ich einen Fehler gemacht Jetzt habe ich nämlich noch genau die alte Einstellung von meinem Controller Von meinem Converter für Na, wie heißt das denn? Subnautica Mist Vergesse ich jedes Mal Muss man immer einstellen, wenn man das neu macht Auch ein anderes Spiel macht Und bei Subnautica Nun ja Da bringt es ja nichts Nicht damit Subnautica Einstellungsspiele So, jetzt bin ich wieder da Geiles Ding Zoller Ist das etwa hier von dem blöden Hubschrauber Dings hier? Die ganzen Raketen meine ich? Nee, die sind von dem hier, ne? Nee, der hat auch Raketen Er hat beide Raketen Nee, ne? Nee, ich glaube nicht Nahkampf vergesse ich irgendwie immer, ne? Ach Da kommen gleich die Raketen, ne? Wollen wir nicht mal heilen, oder was? Danke Danke Da bin ich selbst nicht mehr einsatzbereit Ist ja klar Okay Gut, da wollen wir noch mal ein bisschen was hier machen 5 Zoll haben wir noch alles So, wo ist meine blöde Schwester hier schon wieder? Hallo! Hallo! Hier Ich sollte vielleicht nicht so direkt dabei stehen Ach, du große Kacke So, okay, jetzt bin wir mal ordentlich hier Cool Cool Also ich muss sagen Der... Das Diesel-Ding hier ist gar nicht schlecht Ich schicke die Drohne auf den Müll Mach mal Mach dir ab! Dadurch brücken wir die vom Regime nur so weg! Du! Du kämpfst wie ein Profi! Indem ich jetzt einfach weglaufe, kämpfe ich wie ein Profi? Mist Sagen wir mal so Ich glaube nicht, dass er das tun wird Kann doch sein eigentlich Sag mal, wer schießt denn hier die ganze Zeit auf mich? Sag mal, wer schießt denn hier die ganze Zeit auf mich? Ach du schon Ach du schon Da ist jemand panic Ich bin hier Jetzt bist du wieder im Sattel, Jess Den hab ich überhaupt nicht gesehen Da ist er Der Kackspecht ist weg Das war er Ja Oh Ja Komm ihn über Ja weiter doch Ja Ja Okay meine güte das war ja auch noch munition für das ding wo kommen denn überall hin kommt überall her die brüder so haben wir jetzt hier noch viele oder war es also eine drohung sehe ich hier noch das kriegst du hin man ja danke Sag mal, wo kommen die denn überall her? Boah, ich glaube wir müssen von hier verschwinden. Das ist doch... Also wir müssen hier weg. Eindeutig, wir müssen hier weg. Da ist ja alles nix hier. Ja, ist er das? Oder wir sind vorher tot. So, was können wir noch machen hier? Nehmen wir mal das hier nochmal. Laserkraftwerk, 20 Schuss. Muss man auch nicht. Beide zu? Nix? Achso, scheiße. Laserkraftwerk, haben wir noch nicht hin? Meine Herren! Da vorne ist noch einer. Ja, schauen wir mal, ob wir hier rein müssen. Weil eigentlich müssten wir ja noch hier rein zu dem dritten Fragment. Meine Herren! Wir geben uns das aber richtig, die Brüder, ne? Ich glaub's ja wohl nicht. Verstärkung gewährt, Commander! Mhmm, das ist schön. Mhmm, das ist schön. Dieselkraftwerk, 4. Naja. Das war doof. Einfach nur doof. Oh, Mensch. Das glaub ich auch nicht. Mich hat's erwischt! Hilf mir, Sof! Scheiße! Ich bin getroffen, Schwester! Brauche Hilfe! Ey, du bist wie ein abgestochenes Schwein-Jab! Hey! Wo bist du, Sof? Okay, dann nicht. Dann eben nicht. Wieder im Sack, ihr Baby! Los geht's! Mach weiter, Sof! Mach die Schweine kalt! Mach weiter, Sof! Mach die Schweine kalt! Wo ist die denn? Ach da! Moin, Herr! Was geht dir hier richtig ab, hier? Banaten hatte ich keine. Oh, Alter! Du! 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 Kampf bereit! Alter, klatsch das doch! Sof! Du! Danke, Jess. Das kriegst du in Ordnung. Oh! Sie! Dann haben wir abgelehnt, Kommandant! Keine Verstärkung verfügbar. Hey! Änder die Position! Verstärkung! Noch ein! half! Oh, einer müsste hier noch sein. Boah, was war das denn für eine Aktion, wie das? 47 4, naja. Nehme mal den hier. Wobei, die Waffe ist mir jetzt zu ungenau. Nehmen wir das hier. Alter, die kommen hier aber auch wirklich im 100er Pack hier angelatscht. Wo sind wir hin? Ich könnte mir vorstellen, dass es genau hier oben drauf ist. Ach, es geht noch weiter. Oh je, oh je, oh je, oh je. Die Stelle, die ist ja auch sehr, sehr, sehr beliebt hier. Weiß ich nicht, schaffen wir das? Naja, war einfach nicht. Oh, das war mega cool. Cool. Ändere meine Position! Ah, schade. Schuss haben wir noch? Ach, komm, wir brauchen mal die Waffe. Da ist er. Wo kommen wir hier schon wieder her? Aber ich frage mich, wo die herkamen, eben die Schüsse. Ich meine, der war ja gar nicht mehr. Oh, das geht aber noch weiter hier. Na jo. Boah, die sind aber auch stark jetzt. Wow, ist er gar nicht. Meine Herren, die hauen hier aber auch rein, die Brüder. Das ist ja wirklich, da gibt es ja gar kein Halten mehr. Wow, sag mal. Das ist ja echt irre. Ich glaube an dich, Schwester. Ja, jawohl. Wow. Gut. Das sollte es jetzt erst mal gewesen sein. Boah. Gibt es auch, ne? Oder kommt hier noch mehr von den Kackspechten? Aber das ist ja eine Minute. Wo müssen wir jetzt hin? Ach, hier oben drauf. Ein bisschen Wasser. Kohle. Ja, ich befürchte, unsere schöne Waffe werden wir gleich wieder verlieren. Wie es denn so ist, weil wir wahrscheinlich durch die Tür müssen. Aber das war ja eben was hier. Meine Herren hier. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das erheblich mehr war, als bei unserem letzten Durchlauf. Da war der Widerstand erheblich geringer. Meine Güte, hier müssen wir hin. Oh. Ein Herz können wir uns zurückholen. Das machen wir. Achso, wir hatten auch nur eins verloren. Ich dachte, wir hatten schon zwei. Okay. Hatten wir wieder vollständig. Brauchen wir auch. Meine Herren. Hier war nichts mehr, ne? Oh. Na ja. Ein bisschen weg. Ja, haben wir gut gemacht, ne? Dann denke ich mal, können wir jetzt mal zurückkoppeln. Boah. Sag mal. Also das war ja, die haben ja richtig Widerstand geleistet, die Brüder. Das meinte ich jetzt auch mit dem stärker werden. Also ich sag mal, vor ein, zwei Stufen oder drei, vier vielleicht, wäre das eine ganz schön schwierige Nummer geworden. Hm. Ist ja auch so nicht ganz einfach gewesen. Aber um ehrlich zu sein, ich bin auch ein bisschen sehr da reingestürmt. Also wäre vielleicht auch okay gewesen, etwas weniger da rein zu stürmen. Was ist das für eine? Kommt her. Ich will euch was sagen. Schon von Bruder 3 gehört? Ja. Wir haben vier Kämpfer in das Forschungs- und Entwicklungszentrum geschickt. Um wichtige Informationen zu stehlen. Doch der Kontakt ist... Abgebrochen. Zerstöre die Kanzlerstatuen. Das haben wir ja immer noch. Ähm. Findet ihr den vermissten Widerstandskämpfer? Da müssen wir noch mal zu Bruder 3. Hm. Na ja, gut. Ich glaube, bevor wir damit anfangen, sollten wir das nochmal machen. Den machen wir. Setzen wir fest. Ich guck mal, ob wir noch woanders irgendwas... Halt den, sabbel. Ob wir noch woanders was zurückbringen können, finden können oder so. Den eigentlich kriegen wir aber noch eine Belohnung, meine ich. Da leuchtet auch irgendwas. Hi. Hi. Boah, die Karte ist jetzt so unübersichtlich. So va? Hallöchen. Ich weiß auch nicht mehr von wem wir diesen Auftrag jetzt hatten. Hatten wir den nicht von ihr? Ich glaube ja. Vielen Dank, dass du diese Beweise zerstört hast. Achso, da fällt mir ja ein, wir ähm... Hier, Dings und Bums fehlen ja eigentlich. Ne? Mal sehen. Wo sind die beiden denn eigentlich gewesen? Dings, Bums. Bums, Dings. Hier, Juju und ihr, und ihr, und ihr Lothar. Infanterie. Hier saßen sie öfter. Also ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass die beiden unerkannt hier leben konnten. Wo sie doch zu den bekanntesten gehören eigentlich. Oha. Zu den bekanntesten Leuten in ganz Paris. Und zu den verhasstesten vermutlich. Naja, gut. Was soll's. Nö, hier ist scheinbar nix weiter. Also kriegen wir nix weiter, dann heißt es ab. Boah, was für ein Sprung. Booter 3. Hm. Kennen wir den Booter 3? Waren wir da schon mal? Ich weiß nicht, kann mich gar nicht dran erinnern. Ja, wollen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir stürmen einfach direkt rein. Diesmal lassen wir die Zitadelle links liegen. Oder rechts liegen. Oder oben liegen. Oder unten liegen. Und gehen einfach mal direkt in das Forschungszentrum. Das sollte dann, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir in dieser Folge das noch zu Ende kriegen. Ich glaube nicht, weil meistens sind die ja doch ein bisschen länger, diese Mission. Beziehungsweise die Mission. Habt ihr es ja vorhin eben auch gesehen. Äh. Die kommt dann auch zu irgendwelchen weiteren Mieben-Missionen. Innerhalb der Mission. Um das ein bisschen aufzupacken. Und ich warte jetzt noch auf einen Punkt. 99 haben wir. Ja. Jetzt haben wir es. Na? Wir haben es mit Nazis. Irgendwo hier treiben sich wohl ein paar Regime. Was da doch? Danke. Da habe ich gemalt. Nein, will ich nicht. Und bitte mal. Das ist aber doch jetzt. Ach nee, das ist genau da. Hallo. Guten Tag. War das hier? Hier, ne? Oder wollen wir ein paar Erfahrungspunkte sammeln? Können wir auch. Cool. Mit mir die Fußbaden kriegt. Achso, ich habe gar keine Messer. Ah, ich hätte vielleicht eben noch ein paar Handgranaten holen können. Ah, eine haben wir ja. Hm, keine Zitadelle? Das ist interessant. Da ist noch einer. Aha. Wieder gesund und einsatzbereit Schwester. Gut. Warst du krank? Wusste ich nicht. Der ist weg. Na gut. Ich glaube das reicht jetzt. Bin wieder da, Mann. Lass uns Kackspächer jagen. Die haben echt wirklich kleine Raketen anbeuten, das Viecher. Finde ich nicht nett. Gut. Ist das doch auch mal eine. Hier aber mal. Hier müssen, denke ich. Das sind wir doch, ne? Müssen eigentlich hier rein, aber kommen wir nicht. Wann, wir haben hier noch ein Messer oder so. Sondern wir müssen hier rein. Ich bin mir ziemlich sicher. Finde den vermissten wieder. Finde die vermissten Widerstandskämpfer. Also vier Stück sollen wir finden. Vier von den Kringeln haben wir auch. Oh, das kommt mir hier doch kein vor. Oh, nee, ne? Der kriegt den Tritt an den Arsch. Tut der gar nicht. So. Scheiße zu. Du gehst ja voll ab. Ja. Anfrage abgelehnt. Verordern. Die Anfrage der Soldaten zur Sigma. Entdeckte die Position. Ob wir hier alles alleine machen? So ist sie. So ist sie. So ist sie. Einer müsste hier noch sein. Einer müsste hier noch sein. Einer ist weg. Das ist nett. Nee, machst du nicht. Mach ich doch. Auch selber. Na gut. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Kommt man da vielleicht auch direkt hin? Wir müssen ja nicht diesen Umweg hier machen. Mir geht's gut. Besser. Nee. Ich schulde dir was. Kommt man da. Wie nicht, ne? Ah, beinahe einer. Da ist nix weiter. Na gut. Dann hoppeln wir mal hier rein. Wir haben 8 davon und hier 76. Also ich finde, es sieht hier erheblich ruhiger aus als bei unserem letzten Besuch. Ja, okay. Ach hier. Ich glaube, das meint sie. Ich glaube, das meint sie. Ja, war es auch, war ganz gut eigentlich. Ja. 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 Ja, glaube ich. Ja. 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 ja wo sind die denn alle überall hier ein bisschen zurück der noch nicht und was ich mal mache ich werde mal bei der waffe was wechseln und zwar ist das ja unser kugelgewehr und das kugelgewehr möchte ich wo ist das denn hier stier aufgewerte taschenlampe verschwere schlussgehäuse gibt es nichts irgendwie was man hier noch mit einem genau zielfernrohr das möchte ich nehmen super ich hätte zwar keine taschenlampe mehr weil die brauchen wir so wie das so so Mein Negrer Doch, ich glaub, für dich schon. Ja, wo war jetzt der Eingang? Ah, hier. Wie? Das mach ich doch gerne. Also, müssen wir noch weiter nach oben? Okay, kriegen wir hin. Oh, vielen Dank. So, jetzt sind wir wieder einigermaßen ausgerüstet. Oh, Mann. Holla, die Waldfee. Das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir auch. Brauchen wir schon Rüstung vielleicht noch. Hier gibt's ein paar Sachen, Jess. Ja, das hab ich auch schon bemerkt, Jess. Hier dürfte jetzt aber nix sein. Nö. Gut, okay, dann denke ich mal, machen wir uns jetzt mal auf die Socken nach dem ganzen Schrott hier. Ist das das hier vielleicht sogar? Nicht verfügen. Ein Leben haben wir noch nicht verloren. Nein, das verlieren wir das nächste Mal. So, liebe Leute, das war unser neues Let's Play. Wir werden in der nächsten Folge vier verschwundene Widerstandskämpfer finden. Oder sie uns. Wie auch immer, wir machen das schon. Okidoki. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da. Euer Thomas.